Und damit Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure DX. Ich hab ne kurze Pause gemacht. Ich würd sagen, dieses Mal... Oh Gott. Ich dachte, erst kommt Gamma. Bringen wir es hinter uns. Instruction. Wie soll ich so groß spielen? Oh, es ist ein wunderschöner Tag, sonniger Tag. Wähle ich das? Ich muss wohl. Bitte sei nicht lang. Bitte sei nicht lang. Bitte... Ich hoffe, die Credits sind länger als das eigentliche Spiel. Bitte. Ich will nicht. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich verstehe nicht, was dieser Charakter soll. Was fügt er dem Spiel hinzu? Okay. Okay, das Ding ist zu. Okay, das Ding ist zu. Okay, das Ding ist zu. Okay. 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 Warte, wenn ich hier? Ich verstehe nicht, wie diese Angel funktioniert. Okay. Ich versteh das nicht. Wenn er nicht so verdammt langsam wäre. Ernsthaft? Wieso ging das wohin nicht? Warum? Jetzt mal ehrlich, warum? So was könnte ich aber auch kotzen. Okay, wo kam ich jetzt her? Und wo muss ich jetzt lang? Oh Gott, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Willkommen in Twinkle Park. Ich fahre nicht in dieses Blut-in-Mini-Spiel wieder. Catch Froggy. Na komm. Hm. Was? Hä? Wie funktioniert das? Ich verstehe das nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, als würde das hier fünftig funktionieren. Komm, du bist fast aus dem Wasser raus. Ich ziehe den Würden Köder rein. Mein Gott, ist das so. Ich ziehe den Würden. Ich ziehe den Würden. Okay, so kann ich die andere auch wieder reinholen. Ich ziehe den Würden. Ich ziehe den Würden. Okay, was? Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Okay, jetzt hängt irgendwo dieser Schüssel...